Zweiter Band Vorrede Erstens Man soll nur reden, wo man nicht schweigen darf Und nur von dem reden, was man überwunden hat Alles andere ist Geschwätz, Literatur, Mangel an Zucht Meine Schriften reden nur von meinen Überwindungen Ich bin darin, mit allem, was mir Feind war Ego epissimus Ja sogar, wenn ein stolzerer Ausdruck erlaubt wird Ego epissimum Man errät, ich habe schon viel unter mir Aber es bedurfte immer erst der Zeit Der Genesung, der Ferne, der Distanz Bis die Lust bei mir sich regte Etwas Erlebtes und Überlebtes Irgendein eigenes Faktum oder Fatum Nachträglich für die Erkenntnis abzuhäuten Auszubeuten Bloßzulegen Darzustellen Oder wie man's heißen will Insofern sind alle meine Schriften Mit einer einzigen, allerdings wesentlichen Ausnahme Zurückzudatieren Sie reden immer von einem hinter mir Einige sogar, wie die drei ersten unzeitgemäßen Betrachtungen Noch zurück hinter die Entstehungs- und Erlebniszeit Eines vorher herausgegebenen Buches Der Geburt der Tragödie im gegebenen Falle Wie es einem feineren Beobachter und Vergleicher Nicht verborgen bleiben darf Jeder zornige Ausbruch gegen Deutschstümelei Behäbigkeit und Sprachverlumpung des altgewordenen David Strauss Der Inhalt der ersten unzeitgemäßen Machte Stimmungen Luft, mit denen ich lange vorher als Student Inmitten deutscher Bildung und Bildungsfilisterei gesessen hatte Ich mache Anspruch auf die Vaterschaft Des jetzt viel gebrauchten und missbrauchten Wortes Bildungsfilisterei Und was ich gegen die historische Krankheit gesagt habe Das sage ich als einer, der von ihr langsam, mühsam genesen lernte Und ganz und gar nicht willens war, fürderhin auf Historie zu verzichten Weil er einstmals an ihr gelitten hatte Als ich so dann, in der dritten unzeitgemäßen Betrachtung Meine Ehrfurcht vor meinem ersten und einzigen Erzieher Vor dem großen Arthur Schopenhauer zum Ausdruck brachte Ich würde sie jetzt noch viel stärker, auch persönlicher ausdrücken War ich für meine eigene Person schon mitten in der moralistischen Skepsis Und Auflösung drin Das heißt ebenso sehr in der Kritik Als der Vertiefung alles bisherigen Pessimismus Und glaubte bereits an gar nichts mehr Wie das Volk sagt Auch an Schopenhauer nicht Eben in jener Zeit Entstand ein geheim gehaltenes Schriftstück Über Wahrheit und Lüge Im außenmoralischen Sinne Selbst meine Sieges- und Festrede zu Ehren Richard Wagners Bei Gelegenheit seiner Bayreuther Siegesfeier 1876 Bayreuth bedeutet den größten Sieg, den je ein Künstler errungen hat Ein Werk, welches den stärksten Anschein der Aktualität an sich trägt Beim Hintergrunde eine Huldigung und Dankbarkeit gegen ein Stück Vergangenheit von mir Gegen die schönste, doch gefährlichste Meeresstille meiner Fahrt Und tatsächlich eine Loslösung, ein Abschied nehmen Täuschte Richard Wagners sich vielleicht selbst darüber? Ich glaube es nicht Solange man noch liebt Malt man gewiss keine solchen Bilder Man betrachtet noch nicht Man stellt sich nicht der Gestalt in die Ferne Wie es der Betrachtende tun muss Zum Betrachten gehört schon eine geheimnisvolle Gegnerschaft Die des Entgegenschauens Heißt es auf Seite 342 der genannten Schrift selbst Mit einer verräterischen und schwermütigen Wendung Welche vielleicht nur für wenige Ohren war Die Gelassenheit, um über lange Zwischenjahre innerlichsten Alleinseins und Entbehrens reden zu können Kam mir erst mit dem Buche Menschliches Allzu Menschliches Dem auch dies zweite Für- und Vorwort gewidmet sein soll Auf ihm, als einem Buche für freie Geister Liegt etwas von der beinahe heiteren und neugierigen Kälte des Psychologen Welche eine Menge schmerzlicher Dinge Die er unter sich hat Hinter sich hat Nachträglich noch für sich feststellt Und gleichsam mit irgendeiner Nadelspitze feststicht Was Wunders Wenn bei einer so spitzen und kitzlichen Arbeit Gelegentlich auch etwas Blut fließt Wenn der Psychologe Blut dabei an den Fingern Und nicht immer nur an den Fingern hat Zweitens Die vermischten Meinungen und Sprüche sind Ebenso wie der Wanderer und sein Schatten Zuerst einzeln als Fortsetzungen und Anhänger Jenes eben genannten menschlich-allzu-menschlichen Buchs Für freie Geister herausgegeben worden Zugleich als Fortsetzung und Verdopplung Einer geistigen Kur Nämlich der antiromantischen Selbstbehandlung Wie sie mir mein gesund gebliebener Instinkt Wieder eine zeitweilige Erkrankung An der gefährlichsten Form der Romantik selbst erfunden Selbst verordnet hatte Man möge sich nunmehr nach sechs Jahren der Genesung Die gleichen Schriften vereinigt gefallen lassen Als zweiten Band von Menschliches allzu-menschliches Vielleicht lehren sie Zusammen betrachtet ihre Lehre stärker und deutlicher Eine Gesundheitslehre Welche den geistigeren Naturen des eben heraufkommenden Geschlechts Zu Disciplina Voluntatis empfohlen sein mag Aus ihnen redet ein Pessimist Der oft genug aus der Haut gefahren Aber immer wieder in sie hineingefahren ist Ein Pessimist also mit dem guten Willen zum Pessimismus Somit jedenfalls kein Romantiker mehr Wie? Sollte ein Geist, der sich auf diese Schlangenklugheit versteht Die Haut zu wechseln Nicht den heutigen Pessimisten eine Lektion geben dürfen Welche allesamt noch in der Gefahr der Romantik sind Und ihnen zumindest zeigen, wie man das macht? Drittens Es war in der Tat damals die höchste Zeit, Abschied zu nehmen Alsbald schon bekam ich den Beweis dafür Richard Wagner, scheinbar der siegreichste In Wahrheit ein morsch gewordener, verzweifelter Romantiker Sank plötzlich, hilflos und zerbrochen vor dem christlichen Kreuze nieder Hat denn kein Deutscher für dieses schauerliche Schauspiel damals Augen im Kopf mit Gefühl in seinem Gewissen gehabt? War ich der Einzige, der an ihm litt? Genug Mir selbst gab dieses unerwartete Ereignis wie ein Blitz Klarheit über den Ort, den ich verlassen hatte Und auch jenen nachträglichen Schrecken, wie ihn jener empfindet, der unbewusst durch eine ungeheure Gefahr gelaufen ist Als ich allein weiterging, zitterte ich Nicht lange darauf und ich war krank, mehr als krank Nämlich müde aus der unaufhaltsamen Enttäuschung über alles, was uns modernen Menschen zur Begeisterung übrig blieb Über die allerorts vergeudete Kraft, Arbeit, Hoffnung, Jugend, Liebe Müde aus Ekel vor dem femininischen und schwärmerisch Zuchtlosen dieser Romantik Vor der ganzen idealistischen Lügnerei und Gewissensverweichlichung, die hier wieder einmal den Sieg über einen der tapfersten davon getragen hatte Müde endlich und nicht am wenigsten aus dem Gram eines unerbitterlichen Argwohns Dass ich nach dieser Enttäuschung verurteilt sei, tiefer zu misstrauen, tiefer zu verachten, tiefer allein zu sein als je vorher Meine Aufgabe, wohin war sie? Wie? Schien es jetzt nicht, als ob sich meine Aufgabe von mir zurückziehe? Als ob ich nun für lange kein Recht mehr auf sie habe? Was tun, um diese größte Entbehrung auszuhalten? Ich begann damit, dass ich mir gründlich und grundsätzlich alle romantische Musik verbot Diese zweideutige, großtourische, schwüle Kunst, welche den Geist um seine Strenge und Lustigkeit bringt Und jede Art unklarer Sehnsucht schwammig der Begehrlichkeit wuchern macht Cave musicam ist auch heute noch mein Rat für alle, die manns genug sind, um in Dingen des Geistes auf Reinlichkeit zu halten Solche Musik entnervt, erweicht, verweiblicht, ihr ewig Weibliches zieht uns hinab Gegen die romantische Musik wendete sich damals mein erster Argwohn, meine nächste Vorsicht Und wenn ich überhaupt noch etwas von der Musik hoffte, so war es in der Erwartung, es möge ein Musiker kommen Kühn, fein, boshaft, südlich, übergesund genug, um an jener Musik auf eine unsterbliche Weise Rache zu nehmen 4. Einsam nunmehr und schlimm misstrauisch gegen mich Nahm ich ohne Ingrimm dergestalt Partei gegen mich Und für alles, was gerade mir wehe tat und hart fiel So fand ich den Weg zu jenem tapferen Pessimismus wieder, der der Gegensatz aller romantischen Verlogenheit ist Und auch, wie mir heute scheinen will, den Weg zu mir selbst, zu meiner Aufgabe Jenes verborgene und herrische Etwas, für das wir lange keinen Namen haben Bis es sich endlich als unsere Aufgabe erweist Dieser Tyrann in uns nimmt eine schreckliche Wiedervergeltung für jeden Versuch, den wir machen Ihm auszuweichen oder zu entschlüpfen Für jede vorzeitige Bescheidung Für jede Gleichsetzung mit solchen, zu denen wir nicht gehören Für jede noch so achtbare Tätigkeit, falls sie uns von unserer Hauptsache ablenkt Ja, für jede Tugend selbst, welche uns gegen die Härte der eigensten Verantwortlichkeit schützen möchte Ja, für jede Tugend selbst, welche uns gegen die Härte der eigensten Verantwortlichkeit schützen möchte Krankheit ist jedes Mal die Antwort, wenn wir an unserem Rechte auf unsere Aufgabe zweifeln wollen Wenn wir anfangen, es uns irgendwoherin leichter zu machen Sonderbar und furchtbar zugleich Unsere Erleichterungen sind es, die wir am härtesten büßen müssen Und wollen wir hinterdrein zur Gesundheit zurück So bleibt uns keine Wahl Wir müssen uns schwerer belasten, als wir je vorher belastet waren Fünftens Damals lernte ich erst jenes einsiedlerische Reden, auf welches sich nur die Verschwiegensten und Leidensten verstehen Ich redete ohne Zeugen oder vielmehr gleichgültig gegen Zeugen, um nicht an Schweigen zu leiden Ich sprach von lauter Dingen, die mich nichts angingen, aber so, als ob sie mich etwas angingen Damals lernte ich die Kunst, mich heiter, objektiv, neugierig, vor allem gesund und boshaft zu geben Und bei einem Kranken ist dies, wie mir scheinen will, sein guter Geschmack Einem feineren Auge und Mitgefühl wird es trotzdem nicht entgehen, was vielleicht den Reiz dieser Schriften ausmacht Dass hier ein Leidender und Entbehrender redet, wie als ob er nicht ein Leidender und Entbehrender sei Hier soll das Gleichgewicht, die Gelassenheit, sogar die Dankbarkeit gegen das Leben aufrechterhalten werden Hier waltet ein strenger, stolzer, beständig wacher, beständig reizbarer Wille Der sich die Aufgabe gestellt hat, das Leben wieder den Schmerz zu verteidigen und alle Schlüsse abzuknicken Welche aus Schmerz, Enttäuschung, Überdruss, Vereinsamung und anderem Moorgrunde gleichgiftigen Schwämmen aufzuwachsen pflegen Dies gibt vielleicht gerade unseren Pessimisten Fingerzeige zur eigenen Prüfung Denn damals war es, wo ich mir den Satz abgewann Ein Leidender hat auf Pessimismus noch kein Recht Damals führte ich mit mir einen langwierig geduldigen Feldzug gegen den unwissenschaftlichen Grundhang jenes romantischen Pessimismus, einzelne persönliche Erfahrungen zu allgemeinen Urteilen Ja, Weltvorurteilen aufzubauschen, auszudeuten Kurz, damals drehte sich mein Blick herum Optimismus zum Zweck der Wiederherstellung, um irgendwann einmal wieder Pessimist sein zu dürften Versteht ihr das? Gleich wie ein Arzt seinen Kranken in eine völlig fremde Umgebung stellt damit er seinem ganzen bisher, seinen Sorgen, Freuden, Briefen, Pflichten, Dummheiten und Gedächtnismartern Entrückt wird und Hände und Sinne nach neuer Nahrung, neuer Sonne, neuer Zukunft ausstrecken lernt So zwang ich mich als Arzt und Kranker in einer Person Zu einem umgekehrten, unerprobten Klima der Seele Und namentlich zu einer abziehenden Wanderung in die Ferne In das Ferne Zu einer Neugierde nach aller Art von Fremdem Ein langes Herumziehen Suchen Wechseln folgte hieraus Ein Widerwille gegen alles festbleiben Gegen jedes plumpe Bejahen und Verneinen Ebenfalls eine Diätetik und Zucht Welches dem Geist so leicht als möglich machen wollte Weit zu laufen Hoch zu fliegen Vor allem immer wieder fort zu fliegen Tatsächlich ein Minimum von Leben Eine Loskettung von allen gröberen Begehrlichkeiten Eine Unabhängigkeit inmitten aller Art äußerster Ungunst Samt dem Stolz erleben zu können Unter dieser Ungunst Etwas Zynismus vielleicht Etwas Tonne Aber ebenso gewiss viel Grillenglück Grillenmunterkeit Viel Stille Licht Feinere Torheit Verborgenes Schwärmen Das alles ergab zuletzt eine große geistige Erstarkung Eine wachsende Lust und Fülle der Gesundheit Das Leben selbst lohnt uns für unseren zähen Willen zum Leben Für einen solchen langen Krieg Wie ich ihn damals mit mir gegen den Pessimismus der Lebensmüdigkeit führte Schon für jeden aufmerksamen Blick unserer Dankbarkeit Der sich die kleinsten, zartesten, flüchtigsten Gedanken des Lebens nicht entgehen lässt Wir bekommen endlich dafür seine großen Geschenke Vielleicht auch sein Größtes, das es zu vergeben mag Wir bekommen unsere Aufgabe wieder zurück Sechstens Sollte mein Erlebnis Die Geschichte einer Krankheit und Genesung Denn es lief auf eine Genesung hinaus Nur mein persönliches Erlebnis gewesen sein? Und gerade nur mein menschliches allzu menschliches? Ich möchte heute das Umgekehrte glauben Das Zutrauen kommt mir wieder und wieder dafür Dass meine Wanderbücher doch nicht für mich aufgezeichnet waren Wie es bisweilen den Anschein hatte Darf ich nunmehr nach sechs Jahren wachsender Zuversicht Sie von Neuem zu einem Versuche auf die Reise schicken? Darf ich sie denen sonderlich ans Herz und Ohr legen Welche mit irgendeiner Vergangenheit behaftet sind Und Geist genug übrig haben Um auch noch am Geiste ihrer Vergangenheit zu leiden? Vor allem aber euch, die ihr es am schwersten habt Ihr seltenen, gefährdetsten, geistigsten, mutigsten Ihr das Gewissen der modernen Seele sein müsst Und als solche ihr Wissen haben müsst In denen, was es nur heute von Krankheit, Gift und Gefahr geben kann Zusammenkommt Deren Los es will, dass ihr kränker sein müsst Als irgendein Einzelner Weil ihr nicht nur Einzelne seid Deren Trost ist es Den Weg zu einer neuen Gesundheit zu wissen Ach, und zu gehen Eine Gesundheit von morgen und übermorgen Ihr Vorherbestimmten Ihr Siegreichen Ihr Zeitüberwinder Ihr Gesündesten Ihr Stärkesten Ihr guten Europäer Siebtens Dass ich schließlich meinen Gegensatz Gegen den romantischen Pessimismus Das heißt zum Pessimismus Der Entbehrenden Missglückten Überwundenen Noch in eine Formel bringe Es gibt einen Willen zum Tragischen Und zum Pessimismus Der das Zeichen ebenso sehr der Strenge Als der Stärke des Intellekts Geschmacks Gefühls Gewissens Ist Man fürchtet Mit diesem Willen in der Brust Nicht das Furchtbare Und Fragwürdige Das allen Dasein eignet Man sucht es selbst auf Hinter einem solchen Willen Steht der Mut Der Stolz Das Verlangen Nach einem großen Feinde Dies war meine pessimistische Perspektive Von Anbeginn Eine neue Perspektive Wie mich düngt Eine solche Die auch heute noch Neu Und fremd ist Bis zu diesem Augenblick Halte ich an ihr fest Und Wenn man mir glauben will Ebenso wohl für mich Als gelegentlich Wenigstens Gegen mich Wollt ihr dies erst bewiesen? Aber was sonst Wäre mit dieser langen Vorrede Bewiesen? Silse Maria Oberengadin Im Sommer 1886 Ich bin noch cima